Was geht Leute, mein Name ist Lose, Danny, B-B-B-Burnich Willkommen back zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Heute spielen wir CSGO Ich hab euch ja auf Facebook gesagt, ich werde dem ganzen Mal einen Versuch geben Weil ich ziemlich interessiert an CSGO bin Das wird jetzt kein CSGO-Kanal oder sowas Aber es ist auch ein Ego-Shooter-Spiel, deswegen passt es perfekt auf den Kanal Vor allem, bis Black Ops 3 rauskommt, das ist eine sehr gute Idee Auch mal ein bisschen was anderes zu bringen Black Ops 2 und noch was anderes natürlich Deswegen wollte ich unbedingt mal CSGO spielen Heute spielen wir Gun Game mit CSGO, das nennt sich hier Wettrüsten Und ja, ich bin ziemlich gespannt, wie ich abschneiden werde Ich hab erst seit gestern angefangen Ich hab schon ein bisschen was gelernt Zum Beispiel am Anfang hab ich einfach draufgesprayt wie in Call of Duty Was gar keinen Sinn hier macht Dieses Spiel ist komplett anders Zum einen, für die Leute, die das nicht kennen Euer Leben regeneriert sich nicht Ihr könnt Lüsten kaufen und das Ganze, aber es regeneriert sich nicht Soweit ich weiß Und Sprayen bringt gar nichts von Weitem Also nur auf nahe Distanz bringt Sprayen was Aber auf weiter Entfernung müsst ihr in Salven schießen Was ziemlich geil ist Ist halt so wie im echten Leben Weil die Waffe hat normalerweise den übelsten Rückstoß Sniper machen hier wie in jedem Spiel keinen Sinn Ich könnt euch auch 10.000 Mal sehen, das macht keinen Sinn Aber Sniper sind geil hier Stoffland mag ich gar nicht hier, werdet ihr sehen Ich erwarte auch nicht, dass ihr erster werde Aber wisst ihr was, ich sag gar nichts mehr Lass uns einfach anfangen mit dem Game Und mal sehen, wie es läuft Okay, lass uns loslegen, erste Runde CSGO Hier auf meinem Kanal, wir spielen ein Gun Game Das ist sowas wie Ja in Call of Duty Oh nein, das Gegner Oh Gott Nice, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, Leute Aber wir haben kaum Leben, mehr 25% noch Kann man durch die Wand schießen? Oh, das wollte ich so testen Ob man durch die Wand schießen kann Ich weiß nicht genau, wie ich die Kinder so sehen kann Das kann ich gar nicht sagen Alter, willst du auch mal sterben? Ja, natürlich nicht durch meine Pistole Oh, Alter Das ist nervig, Alter Wenn wir Kills geklaut werden, das ist so nervig Das hasse ich extrem Nice, das war ein Easy Kill Das war ein sehr Easy Kill Okay, jetzt vorsichtig Oh mein Gott Nein, okay, der hat mich geholt Das war nice, das war nice, gut gemacht Okay Zwei Kills bedeuten einmal Waffenaufstieg Nice, vielen Dank Nein, nicht stehen bleiben Oh Gott, okay, let's go, let's go Ich will positiv aus dem Spiel gehen Oh, da war jemand Der hat uns gespawnt, camped Ja, das geht, ja Nice, vielen Dank Jumpen bringt, ich glaube, gar nichts Ich glaube, ich mache es einfach so Bei COD-Angewohnheit Zu springen Komm schon, komm schon, komm schon Nice, 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 wir haben ihn, wir haben ihn Das ist gut, 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 gut Nachladen By the way, nachladen ist hier ziemlich tödlich Weil, soweit ich weiß, kann man die Nachladen-Animation nicht abbrechen Nice, vielen Dank, Baby Lass uns loslegen Oh, das ist ein Teammate, sorry Alter, noch einer Hört einfach nicht so vor mich zu stellen Ihr macht mir Angst So, vorsichtig Nice, nice, Baby Oh, vorsichtig Schnell weg, schnell weg, schnell weg Oh, wir haben noch genug Leben Das ist gut Oh mein Gott Yay, Baby, lass uns loslegen Für mich ist das eine große Sache, by the way Wenn ich hier gut bin Weil mein Aiming ist echt nicht so prima Oh, nice Lass uns loslegen, alter Oh, yeah Ich bin voll im Blut Oh mein Gott, that's amazing Oh, yeah Das Spiel macht so süchtig Oh mein Gott Shit Alles gestört, der Loser Alles gestört Für mich ist das aber okay Ah, ich hätte nicht stehen bleiben sollen Wieso habe ich eigentlich wieder die Waffe? Hatte ich die vorher auch schon? Ich habe schon ein Sturmgewehr, glaube ich Oh Gott Hör auf damit 100 Leben immer noch Wieso war mein Bildschirm rot, wenn ich so 100 Leben habe? Kann es sein, dass ich irgendwie Oh mein Gott Nice Oh nein, nicht diese Waffe, bitte Bitte nicht diese Waffe Ich mag die gar nicht Oh, den wollte ich so own Es bringt was zu springen, aber Nicht zur Seite zusammen Ich glaube, das Ja, weiß nicht, ob das was bringt Ich kann es wirklich nicht Haben mich genug Gleichweite? Na, ich weiß es nicht Kann ich nicht sagen, Leute Hier war auf jeden Fall, aber Einmal verfehlen kann tödlich sein, leider Ja, das ist jetzt die Phase, wo ich richtig schlecht werde Na, nice, wir haben hier wenigstens bekommen Ein Kill noch Dann haben wir leider die nächste schlechte Stoffflinte Die nächste ist sehr schlecht Äh, wenn das dieselbe Reihenfolge ist Ich weiß nicht, ob Gun Game aber dieselben Reihenfolgen hat, wenn es zu Waffen geht Aber kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen So Oh, was? So lächerlich Ich hab die ganze Zeit getroffen sogar Die ganze Zeit getroffen Okay, das wird nicht treffen Schon okay, meine Freunde Alle Spassens Ja, ja, ja Oh mein Gott Man wird immer langsamer, wenn die einen treffen Oh, ich hab Oh mein Gott Vielen Dank Nice, vielen Dank Okay, komm, go Nein, ich wollte ihm Headshot bepassen Aber da kam der Nächste aus der Ecke Warte, Typ AFK, ich glaube, ja Kann ich jetzt durch die Wand? Ne, kann ich nicht, okay Ne Ne, das geht nicht Man kann nicht durch die Wand Willst du auch deinen Kopf zeigen oder nicht? Wo ist der, zeig dich? Oh nein Ah, hat mich gemessert, der Juan Ich glaube, wenn man gemessert wird Wird man zu Ne, wird man nicht, okay Könnte ich mir vorstellen Weil man quasi gedemütigt wird Wenn man gemessert wird Nice, vielen Dank Jetzt wird mir geschrieben, Alter Hör doch, bitte hört mal, was zu schreiben Ich bin gerade im Video Ich hab vergessen, mich bei Skype offline zu stellen Das passiert mir jedes Mal Aber ich hatte hier gerade eine richtig geile ganzes Spiel Oh, nice, baby Nice, baby Lass uns loslegen Oh, der hat mich geholt Sechs Tötungen hat der eine Der ist wahrscheinlich auch extrem glücklich gerade in seinem Leben Also mehr Glücklichkeit Alter, ich bin gerade gespawnt Seht ihr das? Boah Das ist so lächerlich manchmal Wenn man spawnt und sofort stirbt Sniper ist, by the way, meine Schwächte Meine Schwäche Ja, es hat keine Chance Was habe ich von Score? By the way 16 zu 14 Oh mein Gott Das ist wirklich, wirklich schlecht Aber ich kann nochmal mit Sniper nicht umgehen Ich will ihn beleidigen Ich will ihn einfach beleidigen Ich will ihn einfach beleidigen Das will ich So was von beleidigen So Oh Gott Ich krieg den nicht tot Ich manchmal zoopte er nicht Ich hasse Ich versteh's nicht Boah, das ist Okay, der ist Keine Ahnung Der hat kurz rausgeguckt Jetzt langsam, langsam, langsam Komm schon, komm schon, komm schon Ah Shit Oh mein Gott Oh, endlich du Mother Wehe Wehe, wehe, wehe Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Wo schon? Nice, nice, nice Natürlich kommt er ja hier Vielen Dank Oh, den hat er nicht bekommen müssen Mein Triggerfinger ist leider nicht so gut Boah, ich schäme mich fast nicht für den Steipon Für meinen Score Aber Leute, ich kann nun mal Es ist wirklich schwer Huuh, haben wir gewonnen Oh, ich glaub nicht Wir haben verloren Ja, wir haben verloren, leider Ziemlich blöd Gelaufen Aber ja, das war das Game Ich glaube, ich werde noch eins spielen, ich will unbedingt noch eins spielen Ja, ich mache noch eins, ich habe voll Bock, Alter Ihr glaubt, ich habe so Lust Okay, ich will noch eine Runde spielen, weil ich fühle mich einfach so danach Ich will einfach besser werden in dem Game, das macht so eine Laune Das Game macht so Alter, was? Hey, was ist das für eine Aufwärmphase? Okay, aber das macht wirklich cool, diese Aufwärmphase Die gefällt mir richtig gut Also, das ist schon eine Hammer, Hammer Sache Wo ist mein Sound, dass ich jemanden umbringe? Ich mag dieses Piepen Natürlich mag ich es mehr, wenn bei Call of Duty so ein Score vorne kommt, wo 50 Punkte oder sowas stehen Wenn man jemanden killt Aber mit dem Sound geht es auch natürlich So ein Piep Oh Gott Vorsichtig Nein, okay, okay, ich verstecke mich mal hier Okay, vorsichtig Wo sind sie, wo sind sie? Nein, Alter, ich habe auch sehr Entfernung jemanden gekillt Nicht wahr? Das glaube ich ziemlich gut Nein Alter, diese Stelle ist hier episch Ah, scheiße Man wird langsamer, wenn man getroffen wird Nice, Baby Lasst uns loslegen Das ist der beste Runde Aber ab der Sniper werde ich wieder verkacken Die muss ich üben Einatmen, 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 einatmen Alles bestens Alles gut, alles gut, alles gut So, ich komme von hinten Nein, ich hatte kaum Leben mehr Und ich habe leider zu viel gesprayt Viel zu viel Und ich habe das auch auf den Kopf geschossen Dann passiert sowas halt Kann ich ins Wasser eigentlich? Okay, wisst ihr was? Ich teste es gar nicht Äh, ein Vorteil Hat das paar Maps Kenne ich aus Gary's Mod So ein paar nur Aber ich kenne sie auf jeden Fall aus Gary's Mod So, let's go, let's go, let's go Nice, Baby Gut, 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 gut Ich gehe mal Ich gehe hoch Oh, das ist doch Oh mein Gott Ich hasse es, verlangsam zu werden Wenn die mich hier treffen Dann wird so verdammt langsam Nice Okay, wo sind die, wo sind die Kommt die, kann die, können die hier auch noch Ich weiß gar nicht, ob die noch anders hier hochkommen können Kann man die Tür aufmachen? Das weiß ich selber gar nicht, muss ich sagen Ich weiß gar nicht, ob man die Tür aufmachen kann Aber ich glaube nicht Oh, nice, hi Oh, scheiße, ich wollte ihn Ich war nicht, ich war nicht geiler Kill gewesen Okay, lass uns in den Spawn Russian Lass uns ein bisschen Action machen Oh nein, da ist einer Dann gib mir ja einen Headshot Oh nein, 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 nein Geh nach vorne, geh nach vorne Oh, na Nice, vielen Dank Kommt ihr jetzt rein oder nicht? Da komme ich doch von hier Irgendwann Nein, nein Oh, von hinten Den habe ich nicht gesehen, leider Okay, kein Problem, kein Problem Weiter, 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 weiter Ich will einfach nur die Kills bekommen Das macht mich glücklich Nice Ich mag die Waffe Vor allem auf diesem App ist sie richtig gut Wegen hier am Vizier Voll geil Komm schon, komm schon Scheiße Okay, jetzt vorsichtig Nein Nice, Headshot, Baby Da habe ich richtig gemerkt, wie ich Oh Und er ist die ganze Zeit wieder gespielt Hatte voll den Vorteil Weil er nicht sterben konnte Ich habe ihn getötet, Alter Also jetzt seelisch, ne Farmers, Farmers, Baby Oh, yeah Meine Lieblingswaffen Definitiv, Alter Definitiv 3 M-Bürstenswaffen Eine, meine Lieblingswaffen Nice, Baby Oh, yeah Lass uns Oh, scheiße 5 Toten in Folge Das war schon echt gut, glaube ich Also ich weiß nicht, ob das Ich schätze mal, dass es nicht mal besonders oder so Definitiv nicht Aber für mich ist das auf jeden Fall besonders Wahrscheinlich ist irgendwann später 25 besonders Vielleicht gibt es hier auch sowas wie eine Nuke, wo man spielen kann Ich brauche nicht, dass es vor der Fresse Der einzige Vorteil, den sie halt haben, ist Dass sie den Spawnschutz haben, aber den bringt Der bringt die an, halt gar nichts, ne Zeig dich, zeig dich Oh nein, 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 oh nein Schade, schade, schade Oh, das sind viele Challenger bringt eigentlich gar nichts Was mich nur wundert Ich gehe hier gerade an die Tür Und ich verliere manchmal kein Leben Wenn nicht jemand von rechts gleich neben mir kommt Heißt der Kondom lecker? Alter, der heißt Kondom lecker Wie soll man gegen die gewinnen? Oh, das sind teammates, sorry, buddy Oh, wow, wow Nice, baby Lass uns loslegen Weiter, weiter, weiter Das ist wirklich gut Na, vorsichtig Bisschen Scharen gemacht Nice Oh, nein Bitte Alles, nur nicht diese Waffe Okay, jetzt vorsichtig Oh, scheiße Mich wundert, dass hier Wer diesen Fight gewonnen hat Jetzt gerade Okay, der Typ wird hier lang kommen Nice Ich hab leider eine scheiß Waffe jetzt Ah, Mann Ah, geht doch Ah, der war neben mir Ich hab mich extra auf den Typen da vorne konzentriert Okay, kein Problem Scheiße Jetzt kommt meine Jetzt kommt die Sniper Womit ich gar nicht umgehen kann Ich versuche mal ein bisschen Auf Entfernung Die Kills zu bekommen Wofür die Sniper eigentlich gemacht ist Hier kann man die voll wegholen Ziemlich geiler Ort Oh, das sind teammates, sorry Okay, okay, okay Let's go, let's go Immer noch ein Teammates Okay, wisst ihr was? Oh, da Nein, das ist auch ein teammate Wieso schieße ich auf teammates Kann mir das jemand erklären? Nein Oh, ich fasse ein Sniper Ich meine, es macht ja Spaß Und sowas mit Sniper zu spielen Aber nicht, wenn man es schlecht ist Oder das nicht versteht Oh mein Gott Bin tot, oder? Nein, bin ich nicht Doch, gleich Hundertprozentig Bin tot, bin tot Bin tot, bin tot Nein, bin tot, was war tot? Oh mein Gott, bitte Ich will nur noch ein Kill Ich darf nicht Oh Ah, danke Ein Kill, okay Okay, let's go, let's go Das macht mich gerade Seelisch fertig So kassiere ich echt ungern So macht das keinen Spaß Aber man muss ja lernen Mit der Sniper auch rumzugehen Okay, let's go Keine Panik, keine Panik Keine Panik, weiter, weiter, weiter Okay, der teammate geht rein Haben wir gewonnen dieses Mal So, wir haben gewonnen Quateristen sind in der Mountain, glaube ich Aber ich habe nur 15, 10 Alter, ich habe 15 Kills nur Das war der eine hat 34 Die sind viel besser als ich, Leute Viel, viel besser Aber okay Das war's Ich gehe jetzt zum Hauptmenü Und ähm Das war Meine Das war meine erste So ein CSGO Ich bin immer noch lang 1 Wow, das dauert Ewigkeit Bis man lang 2 kommt Wie auch immer Ich will das Video Das mal nicht stehen lassen Wenn ihr mehr CSGO sehen wollt Könnte ich mir sagen Ich weiß, ich bin noch nicht der Beste Ich war an der hat Mittelgut bin ich nicht mal Ich bin noch ziemlich, ziemlich schlecht Aber Ich sehe Potenzial in der ganzen Sache Auf Wiedersehen, was ihr euch schaut Und wenn euch gefallen hat Dann zeigt wie Peres Ihr seid so leckt Dieses Video Schau auf meinen Kanal vorbei Mehr Videos sehen Die ich produziert habe Und abonniere jetzt Um unseres Ich will dich Im nächsten Video wiedersehen Dann sage ich immer noch 3 2 1 Schau auf Schau auf Mein Name ist Danni Ppppp Willkommen back Zu meinem Video Heute einfach ruhiger Weil Es ist glaube es 2.18 Uhr Und um diese Uhrzeit Darf ich Ich lebe nicht Die Die Die